Und alle Moinzen zu den dieswöchigen VfB-News und ja, es ist doch schon einiges zu besprechen diese Woche. Das sind natürlich noch News, die auch noch quasi vor dem Augsburg-Spiel waren. Deswegen hier auch die News, jetzt auch bekannt. Der erste Eurohammer von Bundestrainer Joachim Löw, Borna Sosa, wurde still und heimlich eingebürgert und soll nun für Deutschland spielen. Meldet Sky dann noch am 7. Mai, da hat sich ja einiges entwickelt seither und hier auch von Klaus Vogt, Instagram-Post. Nächste Saison wieder weiter erstklassig. Glückwunsch und danke für viele schöne und begeisternde Spiele an die Mannschaft und das ganze Team, insbesondere an Rino, Sven und Thomas. Wir alle wünschen uns, bald wieder hier mit euch gemeinsam unser Team zu unterstützen und zu feiern. Bleibt alle gesund. Auch sehr schön war ja dann rund um das Augsburg-Spiel der ganz, ganz, ganz sichere Klassenerhalt. Dann hier, Kempf hat das neue Vertragsangebot vom VfB abgelehnt. Bis Ende Mai ist eine Ausstiegsklausel im zweistelligen Millionenbereich in seinem Vertrag verankert. Laut Mislatt haben sie das Angebot verbessert, aber Kempfi und die Agentur von Kempfi haben es abgelehnt. Jetzt mal gucken, wie genau. Ich tippe mal, dass man den dann im Sommer auch wirklich abgeben wird. Ich glaube kaum, dass er dann noch das ganze Jahr lang bleibt und nächstes Jahr ablösefrei geht. Glaube ich nicht. Ich glaube, da wird im Sommer schon Schluss sein. Hier, der war mir auch noch wichtig. Ich habe es ja auch im Vorbericht nochmal gesagt. Kleiner Nachtrag zu VfB Augsburg. Wie geil ist eigentlich Rino, dass er fucking Philipp Klement als Sechser in dem Enddurchspiel lässt und das Ganze dann auch noch funktioniert. War wirklich sehr, sehr überraschend und wirklich ganz gut. Und wie gesagt, den kann man wirklich, ja, kann man schon mit in Schaufensterstellen bewerten, glaube ich. Weil ich sehe irgendwie keine große VfB-Zukunft für Philipp Klement. Mal gucken, was da im Sommer passiert. Hier auch schön. Einmal wie so ein Dokumentenname. Öffnet 2021 IV links spielstark robust. Excel-Tabelle von Mislintat Bild. Wunderschöner Tweet. Weil natürlich, ja, Kempf ersetzen. Mal gucken, ob man wirklich auch einen holt, der Linksfuß ist. Man könnte eigentlich noch einen Unterstrich mit Frankreich dazusetzen oder sowas. Oder Französisch. Mal gucken, wie Mislintat da, ja, in der Hinterhand hat. Was wir so ein bisschen in der Hinterhand haben. Scheinbar ist Mafropanus, der ja vermutlich irgendwie Laie kaufen. Wie auch immer auf jeden Fall irgendwie bei uns bleiben wird. Aber trotzdem fällt ja ein weiterer Posten weg. Trotzdem durch Kempf. Mal gucken, wen er da als Ersatz holt. Dann auch der VfB. Sonntag müsste es gewesen sein. Wahrscheinlich steht gegen Antisemitismus und Rassismus für Vielfalt, Toleranz und Demokratie. Schöner Post. Auch ein wichtiges Statement. Schöner Post. Hier mit einem kurzen Video. Hier VfB. Der Ersatz. Kudibali des Ersatzes. Massimo des Stammspielers Silas verlässt sich. Ein dummes Säckel. Wieso hat der VfB in der vierten Reihe kein Bundesliga-Niveau? Das ist nicht Bundesliga-tauglich. Habe jemand noch drunter geschrieben? Vergiss nicht, dass mit Cissé der Ersatz des Ersatzes des Stammspielers auch nicht zur Verfügung steht. Also finde ich ganz lustig. Ich bin ja auch vollkommen gegen dieses Argument, dass irgendwie unser Kader nicht zu schwach, aber zu klein ist oder wie auch immer ist. Weil das, was man mal auf der Bank hockt, spielt halt gerade Stamm. Und dann kannst du nicht erwarten, dass man noch eine dritte und vierte Reihe hat, die richtig stark ist. Von einem Aufsteiger oder von einem Bundesligisten generell, der jetzt nicht unbedingt Dortmund, Bayern oder Leipzig oder sowas heißt. Hier auch schon dieser Luxus, das einfach aus der Ferne betrachten zu können. Mit dem Bild vom Abstiegskampf. 13. Augsburg 33 Punkte, 14. Hertha 31 Punkte, Bremen 15 mit 31, Bielefeld 16 mit 31 und Köln 17 mit 29. Das Junge, das wäre ganz, ganz schlimm, da unten mit drin zu sein, mit so vielen, ich habe ja schon tausend mal gesagt, mit so vielen Auferstehungen, vor allem von Mainz und so weiter. Holla, die Waldfee, jetzt hat der Berlin sich ja auch quasi die Klasse gehalten. Schon haben wir das Mist noch vor, ja, war auf jeden Fall noch vor dem Schalke-Spiel, das jetzt auch noch gewonnen haben. Aber es sollte ja vom Kader auch normal gewesen sein, dass da sich Berlin drin hält. Aber der Abstiegskampf wäre wirklich komplett geisteswild. Ich glaube, da hätte ich wenig Bock drauf. Also können wir uns sehr, sehr glücklich schätzen, dass wir, wie gesagt, maximal 12. oder maximal 13. Ich glaube, maximal 12. ist es werden können, durch die letzten zwei Saisonspiele. Hier ist es dann über die Situation, um Daniel Didabi, finanziell sind wir klar, man kann ihm nur ein wahnsinniges Kompliment machen, wie er die Situation rund um Corona annimmt und versteht, das ist richtig gut, sollten wir verlängern, hätte Didi da wahnsinnig mitgeholfen. Also da geht es wohl doch schon auf Verlängerung hin. Und dann hier, eben aus irgendeinem kroatischen Interview mit Sosa, was den Transfer zu den Bayern betrifft, wo es Rauch gibt, gibt es auch Feuer, es wird eine interessante Übergangszeit geben. Das hat er quasi zitiert von Google aus dem kroatischen Übersetz, denkt Sosa eigentlich, das liest hier keiner oder ist es ihm einfach egal. Es ist schwierig, solche dubiosen Dinger da, ich weiß nicht, wie gesagt, aus dem kroatischen Übersetzt, diese komischen Zeitungen da, das hat man ja, das nehme ich noch nicht ganz für voll, weil das hattest du auch schon wirklich tausend Mal. Du hattest irgendwelche argentinischen Zeitungen, die man übersetzen konnte, wo es hieß, González ist weg. Du hattest auch bei Sosa schon irgendwelche kroatischen Zeitungen, wo es hieß, Sosa ist weg. Nee, das ist mir zu dubios, diese Quellen. Hier mit seinem blitzsauberen Bundesliga-Debüt für den VfB steht Fabian Preetlo direkt in der Elf des Spieltags von Kicker und Sportschau. Ein sehr schönes Ding, ich glaube, Anton hat es auch noch in die Kicker-Elf geschafft, nee, in die Sportschau-Elf geschafft, irgendwie sowas, aber beide Dinger hat er sich mitgenommen, der Preetlo verdient. Dann eben, Sosa doch nicht für DFB spielberechtigt, Sosa ist trotz seiner Einbürgerung möglicherweise doch nicht spielberechtigt, wegen irgendwelchen Statuten, blablabla, weil er schon für die U-Nationalmannschaften gespielt hat mit irgendeinem Alter, irgendeinem Alterspassus in den FIFA-Bestimmungen, wo er da berichtet. Da hier sehr gerne abstimmen, Rookie of the Season, stehen die sechs Rookies bisher zur Auswahl. Bellingham und dann kommen unsere beiden, Klimovic sowie Silas und dann Matthew Hoppi, lol, und Rizudor und Musiala. Also stimmt ab für Silas im besten Fall, weil, wie auch ein weiterer Twitter-User gescreenshottet hat hier, we're not here to take part, we're here to take over. Ich weiß nicht, ob es von McGregor direkt ist oder ob es schon irgendwer vor ihm gesagt hat, aber ich kenne es von McGregor, weil, wie gesagt, Klimovic hat es einmal geholt, dann hat Silas das Ding dreimal geholt. Also normalerweise muss in dem Voting Silas der Rookie of the Season werden. Problem ist da halt die Verletzung und Problem ist da halt vielleicht so ein bisschen, ja, die Größe halt mit, die Größe vom Klub, die im Hintergrund von dem Bellingham oder von dem Musiala ist, aber normalerweise eigentlich Silas. Mal gucken, was dabei rauskommt, gerne da voten. Und auch interessant, wie gesagt, gab einige interessanten Infos diese Woche. Vereinsbeirat nominiert Steiger und Vogt fürs Präsidentenamt für die Wahl dahin. 18. Juli, seine Mitgliedsversammlung und die beiden wurden auserkoren aus. Also ich glaube, fünf Kandidaten waren es am Anfang. Und dann kommen natürlich direkt die ersten Twitter-User, wo es heißt, dass der Steiger ja in irgendeinem Freundeskreis am Start ist. Wunschkandidat von Port und so weiter. Also der geht da mit nicht unbedingt Lorbeeren direkt rein. Mit dem, was bisher irgendwie ist, sind ein paar Leute ein bisschen abgeneigt von Steiger erst mal. Gesamtbudget für das Präsidium von 100.000 Euro pro Jahr, wovon auf das Amt des Präsidenten des VfB Stuttgart 1893 e.V. 50.000 Euro pro Jahr einfallen und jeweils 25.000 Euro pro Jahr für die beiden anderen Präsidiumsmitglieder. Wissen wir auch, was die Kollegen da an Geld bekommen. Und dann, Nr. 3 in Sachen Sosa. FIFA-Statuten finden Nominierungen. Bierhoff bestätigt, Sosa wird nicht für DFB-Auswahl spielen. Haben die das davor eigentlich nicht geprüft? Oder, hä? Weil jetzt hat es sich ja dann dadurch so, Sosa kommen wir auch noch später dazu, ja auch bei Kroatien irgendwie ein bisschen verkackt, wo es hieß, jo geil, Deutschland mit Bierhoff gesprochen, geil, Nationalmannschaft. Ne, sorry, Bonner, wir haben nicht geschaut. Du, das geht halt doch nicht. Hä? Ich raff überhaupt nicht, was das für eine Aktion war. Innerhalb von zwei Tagen oder sowas von, jawohl, geil, der kommt zu, vielleicht doch nicht, nee, geht nicht. Hä? Also als hätten die es nicht geprüft davor, ob Sosa überhaupt für uns spielen kann. Komplett dumm. Das ist so eine typische DFB-Aktion, so doof es auch klingt. Oder so übertrieben es vielleicht auch klingt. Dann auch lustig, wie natürlich alle anderen Quellen auch, alles in der Videobeschreibung drin, ist auch der Link hier zur, wie heißt der, zur Petition drin. Jens Krahl in der Startelf gegen Bielefeld, 131 haben bisher unterschrieben. Ähm, lol. Ey, mal gucken. Also ich glaube es nicht, aber wäre natürlich schon feierbar, wenn der Kollege spielt. Das ist genau das Gleiche von Sympathie her, wo ich mir auch wünsche, dass ein Al-Qaedui noch mal einen Einsatz bekommt und am besten noch irgendwann mal ein Bundesliga-Tor schießen würde. Wäre schon geil. Weitere Sosa-Geschichte wieder aus einer kroatischen Zeitung berichtet, dass Borna Sosa-Angebot von Leeds United vorliegt. VfB fordert wohl 20 Millionen. Ich habe, warum habe ich mich nicht... Wie schlecht kann man eigentlich Millionen ausdrücken? Millionen kommen wir draus gespastelt gerade, aber das bleibt hier ein One-Taker. Deswegen bleibt das drin, ist mir egal. Wir scheißen uns hier nichts. Interessant ist hier die Argumentation tatsächlich, weil England nicht mehr in der EU ist, muss Sosa, um nach England zu wechseln für die kroatische A-Nationalmannschaft, Alter, nochmal. Da England nicht mehr in der EU ist, muss Sosa, um nach England zu wechseln für die kroatische A-Nationalmannschaft spielen. So, jetzt hat man den Satz gerade rausbekommen. Wilder Morgen bisher. England hat aber wohl die Regel, dass Spieler aus neun alten europäischen Ländern, darunter Deutschland, in die Premier League kommen können. Wild. Das heißt, für sein Nationalmannschaftsgedöns könnte ihm England helfen. 20 Millionen Angebot von Leeds ist auch nicht wenig. Mal gucken, was da so passiert in Sachen Sosa. Es gab natürlich auch direkt schon Meldungen dann zur Geschichte Steiger und Vogt und so weiter. Ex-VfB-Aufsichtsrat, Boss Schäfer, Vogt kann keiner mehr aufhalten. Ein schönes Interview mal wieder von der Bildkappa, wo er einfach ein bisschen vorwirft, dass er quasi überall seine Kollegen hinstellt, Vogt platziert überall seine Leute, seine Strategie hat das Ziel, den Verein auf links zu drehen und so weiter. Und dann halt, das sind halt Sätze, wodurch man es nicht mehr so groß ernst nehmen kann. Aus dem Beirat sind gute Leute zurückgetreten, die eher Gegner Vogts waren, oder Jochen Röttgermann, Rainer Mutschler, Stefan Heim und Dr. Bernd Geiser, die ich als absolute Ehrenmänner kenne. Sie wurden vor dem Hintergrund und mithilfe des Datenskandals einfach rausgeschoben. Also ich glaube, spätestens da kann man dem Ganzen so ein bisschen, ja, schon komisch hingucken, wenn man die Kollegen, die da rausgeflogen sind, als Ehrenmänner nennt. Ich meine, er kann sich als Ehrenmänner kennen, das ist, die Aussage an und für sich kann ja nicht falsch sein, aber da kann sich jeder sein eigenes Bild zu machen. Auch ganz lustig, Corona-Trainingslages VfB-Hotelwahl mit Aberglaube. Wir sind nämlich, so wie es hier rausklingt, nicht im selben, ja, Schlosshotel quasi wie letzte Saison. Da waren wir im Ludwigsburger Schlosshotel scheinbar und da hatten wir einen richtig beschissenen Start danach mit Wiesbad und Kiel, richtig schlechten Restart. Und diesmal sind wir woanders, sind in Stuttgart Degerloch jetzt diesmal am Start. Dann, wir haben zwei Throwbacks quasi vor drei Jahren, also nicht genau auf den Tag, aber vor drei Jahren, der 4-1-Sieg in München, Ginsek, Donis, Akolo, nochmal Ginsek, Wahnsinn. Der VfB beendet die Saison mit dem wenigsten Gegentur, den den Aufsteiger je bekommen hat. Diese Rückrunde war komplett geisteswild, komplett. Und du wirst an eines Tages Siebter. Krass. Und wie gesagt, hätten die Bayern das vor keinem Mal gewonnen gegen Frankfurt, wäre es tatsächlich auch noch in die Champions League, äh Champions League, in die Euroleague-Quali reingerutscht. Ganz wildes Ding. Und hier auch, auch nicht auf den Tag genau, aber auch vor 20 Jahren, Ballerkopf, ein Torschrei wie der Urknall, Klassenerhalt. Ähm, 2001, 1-0 ist die Kurze Schluss. Nimmt auch Schalke so ein bisschen, oder hat durchaus auch Schalke so ein bisschen seinen Titel genommen. Das war die Dramatik da pur, dann mit dem HSV-Spiel der Bayern am letzten Spieltag. Das war der Spieltag davor, mit VfB Schalke. Sehr, sehr wichtig. Ähm, als ein Abstieg noch viel mehr unfassbarer gewesen wäre, als 2016, äh, auch eine wilde Saison gewesen, damals wohl, ähm, hat sich jetzt auch gejährt. Und dann hier auch schon, VfB, Vogt und Steiger verpflichten sich der Fairness. Ähm, beide haben gesagt, es ist ein Wahl, ne, ganz normaler, also, einfach eine Wahlperiode, ganz normale Wahl und nicht irgendwie Kampf. Wir bekämpfen uns nicht gegenseitig und so weiter. Steiger will noch ein Zukunftspapier raushauen. Bei ihm ist, es war bisher viel Fokus auf die Budgets vom EV, also von den anderen Geschichten, die anderen Sportarten, dass man da mehr machen muss. Ähm, da gab es, gibt es auch das, da geht es Stunde 50 oder so, oder auf jeden Fall sehr, sehr lange. Wir haben ja irgendwann mal in einer längeren Nacht reingezogen, hat sich auch schon, äh, das Pressegespräch mit den beiden Kollegen, die virtuelle Presserunde. Ja, Vogt bleibt weiterhin sympathisch für mich. Man merkt schon, finde ich, von seinem Auftritt her, dass der Kollege schon ein bisschen abgehärtet ist, durch seine, durch seine Zeit, die er beim VfB bisher als Präsident erlebt hat. Äh, also er wirkt schon einen Ticken härter, so. Ähm, der Steiger macht für mich auch eigentlich einen, ja, einen soliden, netten Eindruck. Vielleicht aber, doof gesagt, für mich einen Ticken zu nett für dieses Business. Keine Ahnung, der wirkt irgendwie wie dieser, keine Ahnung, wie irgendein netter Stiefvater, oder, Stiefvater, nicht Stiefvater, ähm, keine Ahnung, wie nennt man das? Nicht, nicht, wie, ach, das Wort gibt es nicht. Wie will ich das denn sagen? Keine Ahnung. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken will. Ähm, das, nicht Schwiegermutter, sondern Schwiegervater. Genau, jetzt haben wir es, Schwiegervater. So wirkt der irgendwie. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob der hart genug ist fürs Fußball-Business, wie man so gerne sagt. Ähm, dann hier auch geil, VfW bezieht sich dann, äh, Quartier im Degerloch, Waldhotel, so ein absoluter Ehrenmann. Man muss den Kerl einfach, gerne haben, ist einfach so. Und dann, nochmal Sosa, Medien Sosa, hätte im Härtefall für Deutschland spielt können. Es hätte scheinbar irgendwie gehen können, ähm, wenn der, quasi neu aufnehmende Verband, ihn als unverzichtbar erklärt hätte. Und das hat Löw dann wohl bei ihm nicht getan, für die EM. Und dadurch hat es dann, nicht, ich glaube, das wäre so ein bisschen, scheinbar noch das Schlupfloch gewesen, wenn man für ihn, äh, ihn quasi als unversichtlich, ähm, benannt hätte. Den Borna, muss natürlich jetzt, muss natürlich jetzt Borna auch ein bisschen gucken, was er macht, ne, dass er sich nicht auch bei der kroatischen Nationalmannschaft komplett verkackt hat selbst. Ähm, die Entscheidung, die ich getroffen habe, war falsch. Und dafür trage ich die ganze Verantwortung, heißt von ihm auf der Homepage des kroatischen Verbands. Mal gucken, ob er sich dadurch ein bisschen wieder, ja, normal kriegt und er wenigstens bei Kroatien spielen kann. Mal gucken, wie es da jetzt aussieht mit dem Sosa. Aber das ist natürlich alles, alles andere, als geil gelaufen für Sosa. Und auch die, die Meldungen von heute aktuell, ähm, wie gesagt, News sind jetzt hier der Freitag, so 11.30 Uhr grob. Ähm, Kobel beim BVB und England gefragt, zwei Nachfolgerkandidaten, sieht wohl sehr stark danach aus, dass Kobel, ähm, geht, beziehungsweise die, die, die Tendenz, dass er bei uns bleibt, ist negativ, schreibt der Kicker. Ähm, ja, aus England kommen Gerüchte von BVB, scheinbar um die 15 Millionen. Ja, bei Dortmund würde ich die sehen, wenn du halt wieder über England sprichst, und über einen Vertrag sprichst, der bis zur 24 geht, dann darf sie da schon auch ein bisschen mehr drauf kloppen, da darf schon die 2 davor stehen, auch wenn ein Sosa irgendwie mit 20 Millionen oder 17, irgendwie 17, 20 Millionen oder sowas, was mit dem Leeds United, ähm, äh, Gerücht war, dann darf auch aus England irgendwer 20 Millionen blechen für Kobel, bei Dortmund innerhalb von Munziger wäre es nochmal was anderes, auch wenn es halt auch wieder verkaufen quasi an den Mitkonkurrenten so gesehen ist, also 15 Millionen, ist schon nicht verkehrt, weil der Kollege war ja schon, wir haben ihn für 4 Millionen geholt, aber mit so langem Vertrag kann man da vielleicht auch irgendwas in die Richtung von 20 rausholen, würde ich sagen. Ähm, Sonst sind eben die 2 Kandidaten, die hier genannt werden, Loris Karius und Florian Müller, Karius ist ja ausgeliehen an Union Berlin von Liverpool und, äh, Müller ausgeliehen an Freiburg, ja, Müller spielt immerhin bei Freiburg oder, na, obwohl, weiß ich gar nicht, ob er gerade aktuell spielt, oder ob er auch hinter Flecken wieder zurückgerückt ist, aber hat auf jeden Fall gespielt, das kann man über Karius nicht großartig sagen, er wurde ja von Lute verdrängt, äh, quasi von Beginn an schon, deswegen, ich weiß, Karius ist bestimmt kein Schlechter, so ist es nicht, der kam ja auch damals mit Liverpool ins Finale, aber halt ab dem Finale ging es halt schon krass abwärts, ne, es ist auch 2019 gewesen, meine ich, das Finale war natürlich unglücklich, ne, aber muss man jetzt auch nicht noch tausendmal vorhalten, aber danach auch, Stammkeeper-Spot war weg in Liverpool, dann irgendeine Laie in die Türkei, die auch so semi-erfolgreich war, und jetzt hockt er bei Union auf der Bank, da werfe mich rein von dem sportlichen Weg, der Müller ist auch vier Jahre jünger noch, der ist 23, Jarius ist 27, da wäre ich schon eher noch für Müller, auch wenn man sich da die Frage stellen muss, ist dann ein Müller so extrem viel besser, oder so ein Schritt voraus, ähm, im Vergleich zu einem Bredlo, dass du dann halt einen Müller direkt auf die einstellst, das ist auf jeden Fall ein engerer, ähm, ja, engerer Kampf um diesen Platz 1 im Tor, zwischen Müller und Bredlo, als zwischen Kobel und Bredlo, würde ich meinen, also mal gucken, was da kommt, ich meine auch, dass die beiden Kollegen auch schon so halbwegs in Gerüchten waren, als letzten Sommer noch nicht ganz klar war, ob wir Bredlo fest verpflichten können, deswegen mal gucken, ob dann, ich tippe mal stark auf, dass da noch weitere Namen kommen werden, dann schön, seit gestern war er random Donnerstagabends irgendwann reingeschissen, als würde es keinen jucken, hat ja auch keinen gejuckt, glaube ich, ähm, Pokalfinale, wir sind damit Pokalsieger-Besieger, nochmal jetzt 5 zu 1 vorgehalten, hier auf Twitter, muss sein, legendäres Spiel, und zum Abschluss noch, ähm, PK ist ja heute, oder war dann heute, weiß ich, ob es schon vorbei ist, ähm, aktuell, hatte ich halt leider nicht im Vorbericht mit drin, aber Castro ist wieder voll dabei, und ist eine Option, mal gucken, ob er dann spielt oder nicht, ähm, sonst habe ich da schon mal einen Posten falsch im Startelf-Tipp, Kobel wird versuchen, heute das Training komplett mitzumachen, hieß es, mal gucken, sie hoffen, dass er eine Option für morgen ist, da tippe ich aber dann doch irgendwie nochmal auf Bredlow, bleibe ich dabei, CC weiterhin, hatte ich ja auch schon gar nicht genannt, weiterhin Schlag, Schlag aufs Knie, noch nicht im Training eingestiegen, González, ähm, soll nächste Woche mit der Mannschaft trainieren, also vielleicht Möglichkeit für, äh, Bielefeld, wie gesagt, und, Klimovic, Addukturenprobleme fällt für Spiegel-Gladbach aus, also auch da meine Idee, den vielleicht mit ein bisschen wuseligeren Akzenten reinzubringen, ähm, was ja auch so eine Idee blieb, ich habe ja nicht in die Startelf reingetippt, aber die Idee ist dadurch auch weg, fällt morgen auch raus aus der Mannschaft, heute war's das, uiuiui, mit den VfB-News, hat er ja schön, glaube ich, ein, zwei Stellen hier drin, die komplett dumm sind, aber wir lassen sie drin, wie gesagt, wir scheißen uns nix, ähm, morgen geht's dann gegen Gladbach, ähm, vielen Dank fürs Zuhören, wir sehen uns in den Videos, in den Streams, whatever, ähm, sonst noch ein schönes Wochenende, äh, und bis zum nächsten Mal. Musik 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 Musik